Hallo StennoWorld. Hallo StennoWorld. Hallo liebe Stenno-Freunde. Dieser Blog startet den Stenno-Dialog in englischer und deutscher Kurzschrift. Um den Ball ins Rollen zu bringen, führen wir künstliche Dialogpartner ein. Als da wären Stenno und Stenno Tom. Und zwar in Form als separate Blogs in verlinkten Stenno-Videos, auch genannt Hyper-Videos. Ries Quote an alle. Friede. Mach. uh uh blah